Und deswegen haben wir ja bereits hier vor drei Wochen an dieser Stelle die Einsetzung eines Corona-Sonderausschusses verlangt. Niemand hat darüber berichtet. Vielleicht hat auch kaum jemand hingehört, weil es ja die AfD gesagt hat. Ja und jetzt drei Wochen später setzen sie einen Corona-Sonderausschuss ein und jeder berichtet darüber. Aber ohne zu erwähnen, dass der erste Aufschlag dazu von der AfD-Fraktion gekommen ist. Ihnen geht es wieder einmal nur um die Vermarktung von Politik, statt sich um die Inhalte zu kümmern. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Sie schon Ihre nächste schmutzige PR-Kampagne für Social Media vorbereitet haben, für die Sie heute den Antrag gestellt haben und nicht, um für das Wohl der Hamburger zu arbeiten. Vielen Dank. Die umgehende Wiederöffnung sämtlicher Geschäfte, Betriebe, Restaurants, Dienstleister, auch der öffentlichen Einrichtungen und kulturellen Institutionen. Eine spürbare Senkung der Steuern führt dazu, dass die Bürger mehr Geld in der Tasche haben und das Konsumverhalten so auch nachhaltig belebt wird. Wir fordern, den Solidaritätszuschlag endlich vollständig und für alle zu streichen. Gewalt in der Gesellschaft geht uns alle an. Hinter den Statistiken, Zahlen und Fakten stehen Menschenstichzale. Den Haushileren Den Klass Eingriff Den Klass Eingriff Untertitelung des ZDF, 2020